Dann sag ich mal, kannst du die Tage schon mal schicken? Ja, schick mir mal das Heckgetriebe. Dann hat er ihm das Heckgetriebe geschickt. Dann sagt er, wie fest soll ich das denn anziehen? Hast du mal einen Drehmoment oder was? Nee, sehr fest. Jetzt kannst du dir vorstellen, Martin mit den Armen sehr fest, verstehst du? Ja. Knack, hat er dann die Traumabgebühr und hat zu Jan gesagt, sehr fest, war zu fest. Ja, jetzt hat er in jedem Fall da keinen Bock mehr drauf. Ja, ist klar. Ja, was sagst du hier an den Meer-Rollat passiert ist? Weil die Fliegen ja bei uns fliegen ja einige mit Regis und... Jetzt, jetzt, Theo. Ist nur einer runtergekommen mit einer Rolle, mit dem AC-3X, weil der ja unterschnitten hat und du nimmt Feld rein.